Es sind erschütternde Szenen, die Besucher einer italienischen Flugschau erleben. Bei einer Parade der Luftwaffe nahe der Hauptstadt Rom stürzt eine Maschine des Typs Eurofighter ins Meer. Das Flugzeug schlägt am Wasser auf. Wie das italienische Verteidigungsministerium bestätigt, ist der junge Pilot bei dem Absturz des Jets ums Leben gekommen. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Experten Aussagen zufolge könnte der Pilot ein Flugmanöver in zu geringer Flughöhe durchgeführt haben.